Sünde bringt uns in die Hölle, wenn wir nicht Bose darüber tun. Sexuelle Sünde, Lügen, Bosheit, Geldgier, Hass, Wut, Zorn, wir müssen alle Bose tun. Wenn wir anderen Menschen etwas weggenommen haben, müssen wir Bose tun, liebe Menschen. Homosexualität ist auch Sünde, liebe Menschen. Viele Menschen wissen es nicht einmal, dass Homosexualität Sünde ist, liebe Menschen. Aber Jesus liebt uns so sehr und er möchte uns reinigen von Sünde. Sexuelle Sünde wird nicht in den Himmel eintreten. Nicht Ehebruch, noch Gnadenschinder, noch Masturbation, Tornografie, Homosexualität. Diese Sünde wird nicht eintreten in den Himmel, liebe Menschen. Reine Liebe, reine, heilige Liebe, Agape Liebe, ewige Liebe. Dieses ist das, was in den Himmel eintritt. Ewige Liebe, Agape Liebe, reine Liebe. Sexuelle Sünde führt uns in die Hölle, liebe Menschen. Wir müssen alle Bose tun. Ich war auch ein schlimmer Sünder, liebe Menschen. Ich wusste nicht einmal, dass sexuelle Sünde Sünde ist, liebe Menschen. Ich musste Bose tun darüber, dass ich nicht in der Hölle lande, liebe Menschen. Ich bin erschrocken darüber, wo Gott mir die Wahrheit gesagt hat, dass wenn du das weiter machst, im Feuersee endest in der Hölle. Deswegen habe ich mich reinigen und läutern lassen vom Herrgott. Und ich habe diese Sünde abgelegt, liebe Menschen. Mein Herzlichen Dank.